ja ja sorry dass wir immer da starten in der nächsten Folge wird man direkt im Spiel starten das ist ein bisschen zu ein bisschen zu scheiße nehmen wir los die alte wieder weggerammen mit der Tür und dann geht es in die scheiße Anstalt meine Fresse es dauert noch ne Jahre bis du mal in das Spiel reinkommst ja neuen Fernseher kaufen wäre nicht schlecht meine Fresse wenn wir uns mit einem Schleichangriff na toll drücken wiederholen um schneller zu regenerieren was drücken wiederholen um schneller zu regenerieren was was für eine Ausdauer wie jetzt Gesundheit oder was oder das ne aah habt ihr es gesehen jetzt mache ich mal ohne drücken jetzt spinne ich mal ganz schnell ah schau es bewegt sich glaube ich schneller ja ok ach da kann man die Ausdauer schneller auffüllen das ist geil ok ok das ist gut ich wollte ja ich wollte ich weiß nicht mal die Gesundheit aber wir können ja mal das wäre auch mal vorderhaft oder ja keine ahnung brauchen wir den scheiß nicht ja was können wir denn da brauchen wir auch mal ein Vorschlag beziehungsweise eigentlich das hier mehr Munition leck mich doch ja Leute ich weiß nicht was ich da upgraden soll das ist spannend verliere die Zeit zum Nachspann da aus und ziehst wir eine Schussfolge ok reichweite das braucht es braucht es ist eigentlich brauche ich nur das selber was brauche ich denn mehr das brauche brauche ich mehr schon mal über die menge quarenbolzen wie alle bolzen mit quarenbolzen oder was Mensch welche bolzen machen die denn bitte keine ahnung eine Schwingung an die hohen Scharbe wirkt für wen den grünen hat am wurs drei Metern aber der Schaden nimmt mit der Entfernung und der Impression ab hä wie was Leute ich muss nicht was ich damit meine allgemein quarenbolzen oder was nicht ne ich will konzentrieren uns jetzt wieder lieber erstmal auf das fitness ich hab das noch mal als erstes eigentlich voll sprich lebensanzeige dann machen wir mal Sprint weiter und dann war ein AK und dann war Spitzenwirkung da können wir eigentlich auch aber dann haben wir kein Geld mehr für die lebensanzeige deswegen konzentrieren uns jetzt wie gesagt erst auf die lebensanzeige und dann auf die Sprintausdauer auf die Sprintausdauer so ne ich hab keine doch ich hab wieder ne Spritze die brauch ich jetzt nicht Leute die brauch ich jetzt überhaupt nicht bin ich schon irgendwo hier gleich raus zum Beispiel an der Seite ja hier können wir auch raus ok gut ah ist das laut la 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 die Schnauze Drecksau ja jetzt schau's aus Jesus Jesus ja Jesus geht aber aus dem Weg du Sack Drecksau wo muss man denn hin Jesus Jesus Christ wo müssen wir hin ey ist doch ein Jesus Christ oder wie sieht's aus wie ein Jesus Christ aber wir sind da oder Jesus Christ äh sehr gut ja warte mal warte mal warte mal ich klettere hier hoch vielleicht kann ich dann das sehen toll sind schon früher drauf gekommen ja klar wer schießt denn da da und müssen in die Kirche oder ne oh ist das unsere Frau oder haben wir eine andere Frau wer ist dabei ich check den seine Geschichte irgendwie nicht lord ja alter ich check den seine Geschichte seine Geschichte irgendwie nicht cool ja aber ich hab's selber auf dem Teil lass ich mich verarschen das hat mir die Umi geschrieben hä was hab ich denn nochmal geschrieben ach ja mit dem online scheiß oh 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 ja toll ja leck mich doch wo muss ich hin leut jetzt hab ich nicht hergekommen ja jetzt schaust du dann knall den mal ab den Arsch ey ok irgendwas was was ja dange hallo ich mach das Wasser raus scheiße ok ich glaub wir können uns die Munition sparen mit der die glaub ich äh alle abknallt dankeschön ey ist der jetzt auch dabei alles gefällt mir richtig gut ey ist mal ein bisschen was anders jetzt machen wir mal eine unterwegs wenn schade dass man das nicht verbessern kann über tomb raider das zum beispiel dass man mehr ähm wie zum beispiel das Bergungsgut in tomb raider dass man da mehr kriegt dass man das verbessern kann das kann man hier nicht ich will zum täglich wesentlich mehr gehirns gehirnschlagen kriegen oder was das auch ist schade dass das nicht geht das wär äußert äußert hilfreich so direkt sahst du was mein gott wow 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 ganze danke jetzt schaust ok wir haben noch Munition ja für die shotgun aber auch noch fett Munition dann muss ich trotzdem auch mal ja die Waffen die werde ich dann nach der Lebensanzeige dann äh verbessern die magazine der Waffen werde ich dann vergrößern oh nee oh nee ach Fede bist du denn da ernst du Arschgesicht grüßen wir ihn mal mit einem äh ja 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 äh schon wieder LKW wieder in Stockholm in Schweden und Menschen den oder so ja das sollen sie alle killen ey ja toll ich bin am Arsch Leute ich bin am Arsch ich bin am Arsch ja wie soll ich denn hier denn ausweichen bitte du Drecksau jetzt bewegt dich doch mal du Ficker das ist ein Arschloch ey ja du Drecksau ja leck mich doch am Arsch ey jetzt kommen ja nur noch Bosse Leute aber da kriegen wir fett fett gehörn geht ey ey ist nicht wahr ist nicht euer Ernst es ist nicht euer Ernst es ist nicht euer Ernst es ist nicht euer Ernst jetzt übertragen es aber wieder richtig die Leute jetzt übertragen es aber wieder richtig ey 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 ich hab euch über den falschen Bolzen ausgewählt ich kann ihn ja unter Brand setzen ein dann A jetzt bitte ein shotgun ja danke für das nachladen musst du Arschler ja das ist so wenig Munition was man da hat es ist unglaublich jetzt kommt da noch mal oder was kann ich dir nicht einfach ausweichen wenn man vorschlag was ist das bitte also ich verlasse das wird überhaupt nicht lesen ja ja geh weg du Arschiger ja wie soll ich die bitte kalt machen ja leuide leuide jetzt so langsam will mich dieser so scheiß Kapuzen da rein die da ich bin ich echt mich langsam echt ja wie soll ich da den bitte kalt machen mit so wenig Munition ey das sind ja nach dem Kampf meine ganzen Waffen leer ey das ist so ein behindertes Spiel ey ganz ehrlich das ist so ein behindertes Spiel ja toll ey hast du nicht mal verreckt ok der ist weg wunderbar mein Gott ey jetzt hat da eine Mutter ey die muss ja die richtige Crackhude sein Junge ja leck mich doch am Arsch haben wir doch noch geschockt leck mich am Arsch ja jetzt gib mir bloß das Gehl ey wenn ich jetzt nicht das Gehl krieg ey ja nein nein ja aber du spawst dich da jetzt nicht hin du spawst dich da nicht hin du Arschloch ich will diese scheiß Gehls haben wo ist der andere Typ gib mir das verschissene Gehl boah geil 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 ich will wie gesagt erst die Lebensanzeige upgraden nein auch wegstecken mein Freund ja haben wir doch noch gut geschafft oh Gott ey die haben jetzt auch nicht viel ausgeholt ne wenn es zwei sind ey das Menschen haben kann ich irgendwie nicht verbrennen warum auch immer war ein harter Kampf aber wir haben wieder richtig viel richtig viel Gel ja 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 leute es ist ja für mich was der Kapuzenhahn der uns da ist für Leute schickt ach ach wer ist denn das überhaupt mit dem hat es ja angefangen mit dem Drecksack ja dann fahren wir in der Kirche mehr also für mich ist das kein Horrorspiel und sich jetzt zu dem geruseln sondern das ist eigentlich ähm das ist eigentlich äh eigentlich mehr äh ja ein Spiel suchst du halt äh haben sie überhaupt ein nachladendes Gewehr so wenn ich da mal nicht so mitnehmen kann wenn ich die Moniz-, die die Schuhe finde sie geil aus so pfff 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 ja die schnauze da vorne ich bin doch schon da da war was mit meinem pferd an dem haus ich hab dazu was aufgeschrieben er macht noch selbstgespräche der penner der fragbar nicht mehr so viel die alle beleidige ohne Grund ich find's irgendwie lustig was wollen wir zurück in die anstall äh warum das denn jetzt ach das ist das loch wo wir gesehen haben so warte schon leck mich am arsch ja schlüssel finden wir jetzt irgendwie auch nicht mehr entweder wisse ich die oder es gibt allgemeine den kapitel nicht so viel schlüssel oder wir können keine schlüssel mehr sammeln nicht was denn er hat da rexal jetzt sitzt im alter kann ich von hinten nehmen spaß gibt's hier was neues ja der muss in der anstalt sitzen das grad ist das grad ein albtraum hab ich das gefühl so schauen wir mal wie es uns noch fällt für das letzte gesundheitsupgrade das würde ich wie gesagt erst machen leute und dann können wir uns auf die waffen konzentrieren aber ich wollte ja wie gesagt dann noch auch die sprint naja da komme ich auch nicht klar dass man nachschau nochmal auf stufe 3 und die spritzen auf stufe 3 machen und dann lassen wir erstmal die den fitness erstmal ruhen aber das mal alles auf stufe 3 haben ja das lassen wir so ist auf stufe 3 das machen wir dann auch noch auf stufe 3 und dann ja das war's dann aber erst wie gesagt die lebensanzeige da brauchen wir aber noch 25.000 die werden wir schnell zusammen haben wenn noch mehr bosse kommen und dann konzentrieren wir uns dann wenn wir die lebensanzeige haben machen wir den nachkaufsschaden und die spritzenwirkung und dann konzentrieren wir uns auf die waffen das muss man unbedingt speichern ich hab schon gedacht die halten viel aus leute das ist ja wieder gewesen so gespeichert wo geht es jetzt weiter warum bin ich wieder in der anstalt jetzt ist was in meiner zelle ne ja leute äh gibt es hier irgendwas ne es gibt überhaupt nichts neues ist hier eine zelle jetzt können wir hier eine zelle rein ne können wir wieder zurück wir sind quasi jetzt wir sind quasi selber in dieser anstalt wo wir am anfang rein sind habe ich das Gefühl und so und so so scheint es mir ja dann gehen wir wieder zurück leute alter alter leider hat uns das spiel nur zum speichern hingeschickt wir haben keine Upgrades zu tätigen ich weiß nicht vielleicht wieder zurück leute ich will in die kirche in die kirche entweder oder 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 Oh, sorry. Direkt so. Schnauze wird gehalten, ey. Die haben alle noch menschliche Instinkte, die Zombies. So wie ich das Gefühl habe, haben die noch menschliche Instinkte. Die sind ja irgendwie alle besessen, oder? Oh Gott. Ihhh, achso, das war auch wieder so ein ... Oh nein, ein Rätsel, oder? Ach du Scheiße. Was ist das? Oh, ist das eine geile Grafik, ey. Leck mich am Arsch. Der P-Star ist wahrscheinlich voll Pixel. Das ist bestimmt wieder eine Rätsel, oder? Leck mich am Arsch. Den können wir nicht hin. Die, 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 die. Ja. Warte. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Ne, die sagt mir überhaupt nichts. Drecksau, sie sagt mir überhaupt nichts. Er sagt, dass die Opfergarden zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihnen zu öffnen. Oh toll. Was ist das für die Sinn denn immer da, ey? Drecksa. Oh Gott, das Räsel check ich nicht. Fünf? Hallo, fünf drei. Wie, in welcher Reihenfolge denn jetzt bitte? Drei, fünf, neun, sieben oder was? Ich hab hier jetzt keinen Schalter. Drei ist keinen Schalter, da müssen wir mit der Fünf anfangen. Boah, ist das denn jetzt los? Na ja, der schalte Nase. Puh! Oh Gott. Passt doch. Okay, das war schon mal richtig. Kann ich jetzt schon durch, oder was? Hä? Vielleicht sollten wir uns hier besser befreien müssen. Oh. Ah, ich hab's gewusst, okay. Ja, die drei können wir dann machen. Aber die fünf war schon mal richtig. Die fünf war richtig. So, neun, bitte. Wo ist die neun? Wo ist die neun? Sieben. Ja, wo ist denn bitte die neun, Leute? Hier. Ist es die neun? Ich erkenne das nicht. Hallo. Hier steht nichts von der neun. Hallo. Oder steht da neun? Da steht neun, okay. Was ist denn die nächste Zahl? Drei geht nicht. Fünf haben wir neun. Sieben. Also die neun als nächstes. Hallo. Hallo. Neun als nächstes. Oh, nee, oder? Äh, 97. Das was? Hallo. Ah, ist das bescheuert. Huuuuh. Mhh. So, fertig. So, haben wir, oder? Oh, Leute, ey. Kann ich jetzt hier durch? Ach, Leute. Ja, wie soll ich das denn bitte machen? Ja, die fünf ist richtig, aber... Rest check ich nicht. Hallo. Warte mal. Ey, ich sag bloß nicht, ich muss die zwei mal machen, ey. Ja, das. Und dann mach ich halt mal die sieben, ich muss sagen. Und dann die neun. Egal. Hallo. 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 Oh, du Drecksau. Dann haben wir jetzt schon mal die. Ich brauch's auch nicht, Leute. Ich check das nicht. Ja, und dann jetzt die neun. Ah, Alter, ist das bescheuert. Alter, Leute, ist das bescheuert. Alter, diese Interaktion. Warum ist die so bescheuert? Meine Ficke, ey. Ja, aber dann kann ich dir erzählen, dass es richtig ist. Boah, Leute, ich check das nicht. Ja, leck mich doch. Äh, wisst ihr was? Ich hau jetzt mal ne Spritze rein, weil ich Bock hab. Wir haben auch hier Kanaden, Leute. Hab ich auch übersehen. Ja, komm. Weil ich Bock hab, Leute. Hau uns ne Spritze rein. Ich hab echt Bock hab, ey. Hier geht's jetzt ein bisschen besser. Boah, mir fett gesund heute, Leute. Leck mich am Arsch. Ja, toll. Muss ich ja wieder im Internet schauen, oder? Ey, aber ist das doch zum Kotzen. Oder zweimal die 5. Das ist doch auch bescheuert. Jetzt hab ich die wieder zurückgeholt, oder was? Ja, die 3 ist allgemein richtig, oder? Äh, leck mich doch. Ach, Leute. Das werden wir nicht schaffen, in dem Paar das Rätsel. Ja, lecken wir hier. Ich weiß nicht, wo wir da wieder starten. Ne, ja. Hatte ich eigentlich zurück in die Anstalt? Tja, Leute. Das ist gerade wieder komplex. Es ist richtig komplex. Ja, ey, der muss auch mal was sagen, der Arsch. Aber der sagt auch nix. Oh, war die 7. Oder heißt dieser Strich zweimal die 5? Ja, das ist doch auch Bullshit. Boah, Leute, ich schick das nicht. Ja, danke. Ja, lauf auch nicht zurück, du Fotze. Lauf auch nicht zurück. Entschuldigung, Entschuldigung. Lauf auch nicht zurück, du Arschgesicht. Meine Frise, ey. Das ist ja auch noch so Rätsel kommen müssen, wenn das Spiels nun so schwer genug ist. Boah, diese Entwickler sind schon wieder so behindert. Ja, ich check das nicht. Natürlich hat er überhaupt nix gespeichert. Hatte ich eigentlich zurück und speichern, Leute. Also schaffen wir uns nicht mehr. Kann ich eigentlich zurück und wieder in die Anstalt und speichern? Hallo. Hallo. Geht das? Nein, aber ich glaube, der speichert ja automatisch, hoffe ich mal. Ja, weil wir können nicht speichern. Ja, ich habe ja in der Anstalt gespeichert. Natürlich, Drecksau. Ja, dann werde ich das nächste Mal dann mit Lösungen machen, weil ich tue es dann nicht lange rum. Zweimal die gleiche Zahl ist auch Bullshit, weil wir die Opfer geben müssen anscheinend. Das fährt er dann beim zweiten Mal wieder runter. Beziehungsweise, ja, runter halt. Na gut, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, mit Lösungen. Boah, ich tue das nicht lange rum, sonst lasse ich wieder sonst so aus. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.